Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, der traurige Ausgangspunkt der heutigen Debatte, die Bilder, die wir alle vor Augen haben aus den vergangenen Wochen seit dem 7. Oktober, sind die Bilder von Demonstrationen und Aufzügen mitten in Deutschland, mitten in unserem Land, mitten im Land, von dem die Shoah ausging, in denen das Existenzrecht Israels infrage gestellt wurde, massenhaft, in denen der Holocaust geleugnet wurde und in denen offen antisemitisch propagiert worden ist. Die Bilder, die wir alle vor Augen haben, haben leider uns noch einmal gezeigt, nicht so, dass man das vorher nicht schon gewusst hätte, aber noch einmal gezeigt, dass zu dem schäbigen, dem verbrecherischen, dem fürchterlichen Antisemitismus, die es in diesem Land schon immer gab, von rechts und wir haben es gesehen auch von ganz links, ein Antisemitismus hinzugetreten ist, dessen Quantität durch die Migration der vergangenen Jahre leider zugenommen hat. Unser Ausgangspunkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Debatte für uns als CDU-Fraktion ist daher das unbedingte, das unverbrüchliche Bekenntnis, ja zum Existenzrecht des Staates Israels, aber auch zu dem Ziel, dass wir Deutschen nie aus den Augen verlieren dürfen, dass Menschen jüdischen Glaubens hier sicher und angstfrei leben können müssen. Das war in den vergangenen Wochen leider nicht der Fall und das ist etwas, das wir sehr ernst nehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb ist es gerechtfertigt, die Frage zu stellen, wo müssen wir vielleicht das Recht anpacken, um den Rechtsstaat, der das Ziel nie wieder sich zu eigen gemacht hat, den Staat, dessen Staatsräson das ist, was ich gerade beschrieben habe, wehrhafter zu machen, gegen jede Form von Antisemitismus, damit nie wieder keine Floskel breibt. Sie beschäftigen, liebe sehr geehrte Kollegen der AfD-Fraktion, sich in diesem Zusammenhang mit dem Versammlungsrecht und gehen, ich will mich da gar nicht in Ihren Streit einmischen, den Sie mit der Kollegin Quinten hatten, von Artikel 8 des Grundgesetzes aus, der in der Tat, Sie haben das richtig zitiert, das Recht der Versammlungsfreiheit als ein deutschen Grundrecht ausgestaltet, im Gegensatz zu anderen Grundrechten eben nicht als ein Jedermann-Grundrecht. Einfach gesetzlich, Frau Quinten hat auch dazu recht darauf hingewiesen, ist das anders, aber der verfassungsrechtliche Schutz, das ist korrekt, ist beschränkt in seinem personellen Schutzbereich auf diejenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben und im Hinblick auf das, was sich der Parlamentarische Rat, die Väter und Mütter des Grundgesetzes und ja im Übrigen auch die Parlamente seitdem, denn liebe Frau Quinten, ich habe Ihre Anträge zur Änderung der Landesverfassung auch noch nicht zur Kenntnis genommen, dass wir das ausdehnen müssten. Ich will das aber auch gar nicht kritisieren, weil ich die Verfassungsrechtslage, so wie sie heute ist, nach wie vor für richtig halte. Die Versammlungsfreiheit ist in ihrem sachlichen Schutzbereich, auch in ihrer Begründung sozusagen sehr nah verwandt mit der demokratischen Teilhabe, mit der Ausübung sozusagen der Staatsgewalt durch das Staatsvolk in Wahlen und Abstimmungen. Sie haben das zu Recht auch beschrieben. Das Staatsvolk, das sind diejenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben und deshalb macht es aus der Genese der Versammlungsfreiheit auch vollkommen Sinn, den verfassungsrechtlichen Schutz auf die Inhaber der deutschen Staatsbürgerschaft zu begrenzen. Klar ist aber auch, und auch darauf ist, glaube ich, hingewiesen worden und auch das ist richtig und muss betrachtet werden, wenn man einen solchen Gesetzentwurf vorlegt, das eben nicht nur einfach gesetzlich geschützt, sondern darüber hinaus durch das Primärrecht der Europäischen Union mittels der Unionsbürgerschaft auch alle Staatsbürger der Mitgliedstaaten der Europäischen Union hier in Deutschland aufgrund des Diskriminierungsverbot aus den europäischen Verträgen das gleiche Schutzniveau genießen. Den gleichen Schutz haben, den gleichen verfassungsrechtlichen Schutz, wie es Artikel 8 vermittelt und das ist auch sinnvoll, denn die Unionsbürgerschaft vermittelt ja auch zum Beispiel das Recht an Wahlen und Abstimmungen auf der kommunalen Ebene teilzunehmen. Dann ist auch logisch, dass die Versammlungsfreiheit eben auf diese auch ausgedehnt wird. Anders ist es, das ist richtig für Nicht-EU-Ausländer, aber, sehr geehrter Herr Schaufert, in Bezug auf EU-Bürger ist jedenfalls der Wortlaut Ihres Vorschlags, wie wir heute vorstellen, nicht europarechtskonform. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Erstreckung unserer Ansicht nach der Versammlungsfreiheit auf EU-Bürger für eine demokratische Union, für eine demokratische EU auf dem Weg zur politischen Union, eine der zentralen Errungenschaften, die Unionsbürgerschaft und die damit verbundenen Rechte sind eine der zentralen Errungenschaften, die wir nicht über Bord werfen dürfen, die wir erst gar nicht gefährden wollen. Man muss sich das mal vorstellen. In der kommenden Woche wird die Union des Français de Saar 60 Jahre. Wollen Sie wirklich einen Wortlaut heute hier einbringen, der dazu führt, dass Franzosen, Italiener, Spanier und so weiter, dass deren Versammlungen unter dem Vorbehalt der Genehmigung saarländischer Behörden stellen. Das ist etwas, das wir dem Grunde nach ablehnen. Und auch wenn der verfassungsrechtliche Schutz so ist, wie Sie sind, wie Sie es beschrieben haben, wir werden das nicht über Bord gehen lassen. Das ist eine europäische Errungenschaft, zu der wir stehen und dem im Wortlaut jedenfalls Ihr Antrag heute widerspricht. Deshalb lehnen wir diesen auch ab, meine sehr verehrten Damen und Herren. Anders ist die Verfassungsrechtslage, das ist richtig, hinsichtlich im Hinblick auf Ausländer nicht EU-Bürger sind. Da wäre es rechtlich möglich, das zu tun, was Sie vorschlagen. Da wäre es theoretisch denkbar. Und in der Tat, mit Verweis auf die ein oder andere Demonstration und die Bilder, die wir dabei im Blick haben, kann man darüber in der Tat vielleicht auch streiten. Aber, eindeutig ist auch, praktisch umsetzbar und eine tatsächlich größere Wehrhaftigkeit des Staates, wie Sie ihn wollen, wäre damit jedenfalls praktisch nicht verbunden, weil eine Differenzierung entlang der Staatsbürgerschaft bei einer Versammlung, die ja immer eine Vielzahl von Teilnehmern beinhaltet, von denen in der Realität, in der Praxis der Versammlungen, wie wir sie erleben, ja zumindest mal einzelne, mindestens auch über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen. In der Praxis wäre das, was Sie heute vorschlagen, überhaupt gar nicht vor- und umsetzbar. Und deshalb ist Ihr Gesetzentwurf in der Praxis wirkungslos. Und deshalb macht er den Rechtsstaat auch nicht wehrhafter. Im Gegenteil, er lässt ihn umso schwächer erscheinen, weil er nicht in der Lage ist, die Dinge auch durchzusetzen, wenn man es denn wollte. Und auch deshalb lehnen wir Ihren Ordentrach heute ab, weil er den Rechtsstaat nicht stärker macht, sondern nur schwächer scheinen lässt. Und das ist das Letzte, was wir in diesem Land brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Richtig ist aber auch, dass wir uns alle zusammen, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um nur einzelne Hinweise dazu zu geben, die Frage stellen müssen, wo können wir unseren Rechtsstaat wehrhafter machen gegen seine Feinde. Wehrhafter machen gegen diejenigen, die dafür sorgen, dass Menschen jüdischen Glauben sich wieder die Frage stellen, ob man hier angstfrei und sicher leben kann. Diejenigen, die das aus einem rechtsextremistischen Gedankengut tun, diejenigen, die das aus einem postkolonial-linksextremistischen Gedankengut tun, und eben auch diejenigen, die das aus einem religiös-fanatischen Gedankengut herausmachen. Und ja, ich glaube jedenfalls fest daran, dass es hier in Deutschland diesbezüglich Nachholbedarf gibt, damit die Staatsräson, die ich eben beschrieben habe, keine Floskel bleibt, damit nie wieder tatsächlich auch jetzt bedeutet. Und ich will Ihnen nur ein paar Punkte nennen, an denen ich glaube, wo wir wirklich besser werden können. Das beginnt zum Beispiel mit der Prävention von Extremismus, egal welcher Couleur, und auch mit der Demokratieförderung in unserem Land. Neulich hat das Bundesfamilienministerium im Hinblick auf die Extremismusprävention verkündet, dass von den ungefähr 700 Projekten, die in diesem Zusammenhang gefördert werden, gerade einmal zwölf versuchen, dafür zu sorgen, dass menschlichen muslimischen Glaubens nicht antisemitischen Vorstellungen anhängen. Zwölf von 700. Und das Zweite, was wir im Bereich der Prävention besser und mehr machen müssen, ist, dass wir uns als Rechtsstaat stärker und eindeutiger positionieren. Ich bin der festen überzeugt, dass wir endlich von allen, die Mittel im Rahmen der Demokratieförderung bekommen, ein plausibles Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zu unserer Demokratie und ja auch zur Staatsräson in Bezug auf Israel einfordern müssen. Wer das nicht abgeben will, meine sehr verehrten Damen und Herren, der gehört nicht vom Familienministerium finanziert, der gehört vom Verfassungsschutz überwacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da müssen wir eindeutig sein, da waren wir schon mal besser und da können sich vieles verändern. Das geht weiter mit der Kriminalitätsbekämpfung in diesem Bereich. Das ist heute hier schon mal angesprochen worden. Wir sehen doch, dass Radikalisierung, dass Hasskriminalität auch und vor allem ja nicht nur bei den Aufzügen und Demonstrationen stattfindet, sondern eben auch in den sozialen Netzwerken. Und wir wissen auch, dass wir dort als Rechtsstaat im Rahmen der Strafverfolgung noch zu viele blinde Flecke haben. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber immer dann, wenn irgendwo ein Terroranschlag in Deutschland verhindert wird, gibt es den verschämten Hinweis darauf, dass die eigentlichen Hinweise von befreundeten ausländischen Diensten kamen. Warum, meine sehr verehrten Damen und Herren? Weil wir nicht hinschauen können, weil wir nicht wehrhaft genug sind, sind wir darauf angewiesen, dass die Franzosen, dass die Amerikaner, dass die uns helfen, damit wir diese Leute dingfest machen können und damit wir die Gefahren in diesem Land reduzieren können. Das kann doch keine Strategie sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen wehrhafter werden. Das heißt Vorratsdatenspeicherung. Das heißt Quellen-TKÜ für den Verfassungsschutz. Das heißt, dass dieser Staat stärker werden muss gegen seine Feinde. Das ist nie wieder. Das heißt Tats raison in diesem Land. Das gilt es jetzt zu tun. Nicht im Versammlungsrecht, sondern im Bereich der Strafverfolgung, meine Damen und Herren. Das Gleiche, und ich will Ihnen das nur als Beispiel geben, gilt für die Frage, was in diesem Land strafbar ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das beziehe ich jetzt auf eine Beschlussfassung der Justizministerkonferenz. Frau Berg, Ihr Staatssekretär Herr Diener hat, wenn ich die Pressemitteilungen richtig deute, die es dazu gibt und die Beschlussfassung richtig lese, dem auch zugestimmt. Ich begrüße das ausdrücklich, nämlich einer Initiative von Hessen und Berlin, die zum Ziel hatte, dass die Infragestellung des Existenzrechts Israel dazu führt, dass man dort eine Strafbarkeitslücke schließt. Wir müssen deutlich machen, dass derjenige, der die Existenz Israels infrage stellt, sich in Deutschland strafbar macht. Wenn es dort eine Strafbarkeitslücke gibt, dann müssen wir dort handeln, damit dieser Staat wehrhaft wird gegen diejenigen, die unser Land verhetzen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das gilt letzter Punkt dann eben auch für den Satz, der in unseren Tagen vielleicht noch mal mehr Bedeutung hat als noch in der Vergangenheit, nämlich, dass Antisemitismus in Deutschland keinen Platz haben darf. Das muss auch Folgen für das Recht haben. Das muss nicht zuletzt auch Folgen für das Aufenthaltsrecht haben. Wer den Holocaust leugnet, wer das Existenzrechts Israel infrage stellt, der hat keinen Platz in Deutschland. Und wenn wir ihn abschieben können, dann müssen wir ihn auch abschieben. Das ist das Notwendige, was es zu tun gibt, damit nie wieder jetzt ist, damit wir diese Staatsräson nicht nur vor uns her tragen, sondern tatsächlich auch leben. Nicht im Versammlungsrecht, sondern in den Themen, die ich Ihnen gerade benannt habe. Deshalb werden wir da dranbleiben und Ihren Antrag heute ablehnen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.